In meinen sieben neuen Videos wird jetzt eine kleine Verlosung an meine Community stattfinden, wo ihr jedes Video etwas gewinnen könnt. Ihr müsst dazu lediglich euren Ingame-Namen mit in den Kommentaren schreiben, das könnt ihr per extra Kommentar oder einfach hinter euren normalen Kommentaren schreiben. Und dies wird dann mit einem Random-Picker jeweils im nächsten Video für das vorherige Video aufgelöst. Und es wird insgesamt 5x1monat Premium auf GOMAHT.net verlost und 2x Sub-Premium ebenso auf GOMAHT.net. Da diese Verlosung lediglich an meine Community ist, müsst ihr natürlich auch Abonnent sein. Ist ja logisch, weil diese Verlosung ist nur in meiner Community. Und nochmal großes Dank an ByGodCall. Ohne den wäre diese ganze Aktion gar nicht möglich gewesen, denn er hat einfach eine 90€ PSC zur Verfügung gestellt. Ja und in diesem Video wird ein Monat Premium auf GOMAHT.net verlost. Was ihr dafür tun müsst, ist halt ganz einfach Abonnent sein, weil das Gewinnspielen nur für meine Community ist. Einen Kommentar schreiben mit eurem Ingame-Namen und dem Video einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr wollt, nützt ihr aber nicht. Ja und diese Woche gewonnen hat Hitbox Justin, so sollst du es im Premium-Range auch schon erhalten haben, da ich aktuell halt kein MC starten kann, weil meine Grafikkarte kaputt ist oder halt aufnehmen kann, beides nicht. Frage ich halt immer auf irgendeinem Random-TS, hey, hat der Spieler schon Premium, hat der Spieler schon den Rang, blablabla etc. und falls ihr irgendwie noch Premium habt oder so für zwei Tage, dann schreibt das am besten noch mit den Kommentaren rein, dass ihr das nur noch für zwei Tage habt und danach es abläuft. Herzlichen Glück unter dich, ich kann das halt wie gesagt leider immer noch nicht live aufnehmen, weil meine Grafikkarte kaputt ist, deswegen muss ich das immer euch mit Screens zeigen, aber ihr könnt ja einfach kleine Info machen, dann seht ihr, dass dieser Spieler jetzt einen Premium-Range hat. Und ja. Du hackst das Office, ich schwör's dir, du hackst rein. Die nächsten drei Tage Top-5-Clips-of-the-week-Videos bringen, das ergibt zwar relativ wenig Sinn, weil es halt Top-5-Clips-of-the-week eigentlich sind, aber egal, das Problem ist halt nur, dass ich gerade aktuell keine Grafikkarte habe und dementsprechend auch keine Videos aufnehmen kann und deswegen, jo. Ja, die ganzen Clips für die drei Videos sind alle schon ausgesucht worden, das heißt, wenn ihr jetzt welche anschickt, werdet ihr erst für übernächste Woche drangenommen, aber jetzt muss ich die Videos halt nur noch an jedem Tag schneiden. Ja, das hier ist nur Platz 5, weil die Gegner hier einfach ein bisschen, naja, nicht so gut sind und am Ende auch zwei Lösch noch auf Karset oder zu lang shoppen. Ja, das hier hat auch. Musik Er hatte zwar geschrieben, dass man den Clip lieber ohne Stimme nehmen sollte, jedoch finde ich da jetzt eigentlich wirklich nichts Schlimmes dran. Ich hoffe, es ist für dich auch okay, denn mit der Reaktion ist es eigentlich immer sehr viel spannender so. Bei diesem Clip finde ich relativ lustig, dass er hier am Anfang das Light Damagey fällt und dann am Ende durch ein besseres Light Damagey, wie das Bett tut. Musik Was ich bei diesem Clip extrem feiere, ist einfach, dass es ein Top 5 Clip ist, den er bei mir eingeschickt hat und ich komme einfach während des Clips bei Levelmode Offline. Und falls es jemanden interessiert, ich nehme bei Levelmode jede FA an, das heißt, wenn ihr mir bei Levelmode eine FA schickt, werde ich die auch annehmen, sobald ich jetzt wieder Minecraft starten kann. Musik 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 ja das war es mit dem top 5 clips of the week video und ja natürlich wie immer leiden nicht vergessen